Hallöchen Leute, willkommen zur vierten Episode meines Let's Plays Soma. Ich bin Davy und ich will euch ganz herzlich zurück begrüßen. Wir haben ja hier einen Crash gehabt und wir sind jetzt tief unter Wasser hier und ich habe keinen Platz und Schimmer, wo wir hingehen müssen. Wir haben nur eine Aufgabe bekommen, dass wir einen Wrack finden sollen. Ah, okay, wenn ich jetzt länger springe, müsste ich jetzt höher kommen. So, hier ist alles zu. Gut, das heißt jetzt, ähm, ja. Ah, so, alles klar. So, komm. So, komm. Hey, was ist dein Problem? Spring! What the fuck? Vielleicht hier drauf? Vielleicht dann so. Scheißdreck! Springst du drauf? Hallo? Ach so, R2 drücken oder was? Ah. Okay, alles klar. Ich hab's verstanden. Oh je, wo sind wir jetzt hier? Wir sind, muss ihn jetzt ganz tief im Ozean sein eigentlich. Rein theoretisch. Ja, so sieht's auch aus. Ist ja echt heftig. Rennen können wir auch. Ah, Fischis! Sehr viele Fischis. Okay, das ist hier zu barrikadiert, dass man nicht weiterkommt. Alles klärchen. So, sehr viele Fischis. Also vom Detail... Lambda, find the shuttle for Lambda. Ja, das ist mir schon bewusst. Aber ich muss sagen, also detailreich ist es auf jeden Fall schön gemacht. Muss man sagen, auch für Playstation 4 auf dem PC sieht es natürlich ein Stückchen besser aus, das ganze Sache. Und läuft natürlich auch viel, viel flüssiger. Ja, ab und zu müsste ich so Indie-Spieler eigentlich auf dem PC spielen. Aber da müsste ich eine Alternative finden, wie ich am besten das dann mit Facecam aufnehme. Aber ich glaube, da müsste ich am besten die Webcam dann benutzen, glaube ich. Äh, Webcam, sag ich. Den Camcorder. Ich glaube, das ist das Sinnvollste dann. So, wo geht es jetzt da hin? Warte mal, warte mal. Bevor ich jetzt hier weiter renne, erstmal mal ein bisschen das Gebiet durchsuchen. Ah, da ist doch was Grünes. Ne, das ist eine Leuchte. Alles klar. Und da kommen wir auch nicht rein. Doch, kommen wir rein. Ah, und ich drücke schon wieder den falschen Knopf. Open. Geht es hier auf, oder was? Geht es auf? Ne, geht gar nichts auf. Alles klar. Gut, dann muss ich doch hier weiter rennen. Gut, dann rennen wir hier mal weiter. So, das sind auch hier extrem viel Leuchten. Oh, Lampe gehen an. Alles klar. So, was folgt hier? Hier ist nichts. Okay, was geht hier ab? So, müssen wir halt mal ein bisschen rumgucken. Wo wir hier überhaupt weiter müssen. Ich hoffe nur nicht, dass ich was Wichtiges vergesse. Aber, oh, 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 oh. Wow, und da hinten sehe ich einen, der kontrolliert. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, kann ich... Okay, dass nicht immer noch Fisch ist, da oben. So, da hoch kommen wir schon mal gar nicht. Gibt es hier oben eventuell was? Das interessiert mich schon. Ich will hier schon ein bisschen noch die Gegend mir angucken, bevor wir hier jetzt weitermachen in der Charade. So, es ist aber halt auch extrem dunkel. Und irgendwie komme ich nicht da drauf auf den Vorsprung. Ja, und jetzt bin ich hier runtergefallen. Das ist hier atemberaubend. So, gut, dann fall mal runter. So, gibt es hier was? Ist hier nur die Plattform? Hier ist nur die Plattform. Okay. Was ist mit dem hier? Was ist das hier alles, bitte? Das sind alles Reaktoren. Okay, also ich glaube, wenn es da hinten gespeichert hat, dann ist es auf jeden Fall der Weg, wo wir dahin müssen. Gut, ich hoffe mal nur nicht, dass uns jemand da erwischen wird. Das ist das Einzige, was ich hoffen tue. So, das war hier hoch und dann nach rechts. So, da waren ja Leuchten. Und jetzt gehen wir jetzt hier rechts rum. Alles klar. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt hier auch leise sein muss, außer wo ich bezweifle, dass ich hier unter Wasser leise sein muss. So. Gut, da ist auch eine rote Leuchte. Das gefällt mir nicht. Okay, die Geräusche werden auch intensiver. Okay, da ist so eine Station, wo man sprechen könnte. Gucken wir mal, was passiert. Komm her, Zeta. Du solltest mir antworten, Straski. Komm her! Amy, woher bist du? Das Feld, ich musste zu gehen. Es ist alles mit dir? Es ging alles zur Hölle. Hör auf, du hast die Kraft automatisiert, oder? Die Planteilung ist sicher. Wir brauchen die Kraft, um die Straski zu gehen. Oh, f*** die Kraft! F***, Straski! Die Maschine hat Karl. Ah, sch***. Okay, calm down. Es wird okay. Kannst du zurück in die Theta? Ja. Ich glaube so. Ich gehe für den Schutten, die Außen. Gut, Amy. Ich rufe für dich. Alles klar. Das war so ein kleiner Rückblick. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, muss hier irgendwo das Shuttle sein. Ich hoffe nicht, dass... Ich habe ja hier oben was gesehen. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass es hier rumeiert. So, geht die Lampe an? Okay, die Lampe geht auch an. Also ich denke mal, das ist wieder eine ruhige Passage hier. Also hoffe ich zumindest. Oh, da ist es. Da ist so ein Vieh. Da ist so ein verdammtes Vieh. Okay, muss man mal vorsichtig jetzt mal sein. Dass es uns ja nicht sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob er... Okay, er geht in die Richtung. Das ist schon mal sehr gut. So, was geht da hinten ab? So, da ist eine Leuchte. Aber nicht viel. Interessant. So, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall dahin, wo das Computer viel hin ist. Alle sind einfach nur weg, okay? So, alles klar. Komm ja nicht her. So. Gut, und renn. So, gut. Da haben wir wieder die nächste Station auf uns. YB. Interessant. Was geht hier ab? Was ist mit dir los? Hey. Das ist ein Roboter. Was ist mit dir los? Hallo. 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 Hier bin ich. Oh Gott, wie süß. Der ist ja mal total goldig. Ist der goldig. Folgt er uns jetzt? Das ist ja mal goldig. Ja, der folgt uns. Ist ja süß. So, was finden wir hier? Okay, aber da können wir nichts aktivieren. Oh, ist das goldig. Der macht uns so gar nicht. Ist ja cool. Okay, da ist die nächste Lampe. Ich frage mich, was das hier alles ist. Was ist? Hey. Was ist los, Kleiner? Alles klar? Hallo. So. Gehen wir einfach jetzt mal weiter. Weil irgendwo muss ja der Shuttle sein. Aber irgendwas... Also, ich glaube, der muss in unserer Nähe bleiben. Hoffe ich mal. Also, denke ich mal. Vermute ich mal. Weil irgendwie... Ich weiß nicht. Ist es richtig, dass wir den befreit haben? Ich vermute schon, dass es richtig ist. So, dann komm her. So, wo muss man eigentlich jetzt hin? Das ist eine sehr gute Frage, Leute. Wo ich mir gerade stelle. Welche Richtung muss man eigentlich uns bewegen? Da ist Y. Aber wir müssen ja nicht zu Y. Wir müssen ja diesen komischen Spot finden. Wow. Verdammt. Da muss ich wieder aufpassen. Da ist wieder so ein hässlicher Freak. Macht er den jetzt kaputt? Bitte, dass er uns auf uns richtet. Okay, der verschwindet. Alles klar. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Immer ruhig. Immer ruhig vorbewegen. Der ist jetzt weg. Alles klar. So. Dann weiter geht's. Wir sind halt ganz tief jetzt im Meer drin. Aber da ist schon unsere Station. Der Speicherpunkt ist auch angelangt. Shuttle Station B. Ich glaube, da muss man hin. So, jetzt schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Ah, der macht uns den Weg frei. Ist ja cool. Ist ja cool. Der ist ja eine kleine Hilfe sozusagen, der kleine. Ich nenne dich Ted, weil du so süß aussiehst wie Ted. Ted. Cool. Dankeschön. Danke. Ciao. Der süße Ted. So, machen wir mal auf. So, und jetzt gehen wir rein. So, machen hier auch jetzt wieder die Tür zu. So, gut. Die ist zu. Jetzt können wir hier aktivieren. Zugriff gewährt. Sehr schön. Dann senkt mal das Wasser ab. Schon interessant, muss man schon sagen, Leute. Das ist echt interessant gerade. Sehr viele Muscheln hier am Start. So, jetzt ladet er mal wieder. Ich glaube, auf dem PC würde es schon flüssiger laufen, das ganze Spiel. Also, die Ladezeiten sind schon ein bisschen gravierend hier. Ja, das hoffe ich auch, dass die Schatten noch funktionieren. Ich hoffe auch, dass wir hier alleine sind. Wo habe ich ein Flashlight bekommen? Können Sie mit... Wie, wie, wo hast du das Flash... äh, die Taschenlampe gefunden? Das weiß ich selber nicht. So, was geht jetzt ab hier? Strassky, komm in, Theta. Ja, komm her. Was? Ich kann... Wo sind Sie jetzt? Strassky, ich bin auf der Schatten. Aber es ist nicht gut. Die Lichter wird so schnell wie mad. Ich glaube, der Regulator ist gebrochen. Ich habe es mit dem Power. Ich habe es mit dem Power. Ich habe es mit dem Power. Ich habe es mit fixieren. Ich habe es mit dem Schatten. Ich habe es mit dem Schatten. Alles klar. Sie hat versucht, das Shuttle zu reparieren. Dann hoffen wir mal, dass sie es repariert hat. Was geht hier? Da haben wir wieder eine Interaktion. Jesus Christ, was in der Hölle? Okay. Was ist jetzt wieder passiert? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir stelle. So. Okay, so wie es aussieht, müssen wir zu Fuß weiter. Hallo Haupt, dann gehen wir mal zu Fuß weiter. Ja. Wir müssen zu Fuß weiter. Alles klar. Zu Fuß weiter. Das ist ja, wird ja immer spannender. Geschichte hier. So, da fliegt wieder ein Haufen Blut runter. Und da hinten ist ein Licht, das mir nicht gefällt. Ich hoffe nicht, dass da ein Roboter ist, was ich jetzt vermuten tue. Das Licht wird auf einmal weniger. Oh mein Gott. Hey, wie warst du? Nicht mich schmerzen! Kann ich mir helfen? Sie lassen mich nicht sterben. Nichts ist um zu sterben. Was ist passiert? Ein Erkrankung. Die Kraft zu verabschieden. Ich ging nach Theta. Alles, was ich tun kann? Wenn du siehst, Master oder Holland, erzähl sie ihnen, ich brauche Hilfe. Okay? Amy braucht Hilfe. Okay. Interessant. Wir dürfen nichts machen. Alles klar, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ihr Strom rausmachen soll. Ob das sinnvoll wäre, weil ich glaube, dann stirbt sie. Und sie darf nicht sterben, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man kann es hier anfassen. Scheiße. Nein. Verdammt. Ich muss das wieder reinmachen. So, hoffe ich mal, dass ich es heimkriege. So. Oha, doch. Ich muss es doch ausholen. Sorry. Tut mir leid, Kleiner. Aber der Strom muss an sein. Damit kann ich nur weiterkommen. Sorry, Kleiner. Leider müssen wir sie töten. Ja, viele Leute müssen wir bis jetzt hier töten. Das wundert mich schon. Ah, verdammt. Ich kann ja nicht weiter rennen. So, jetzt ist ja der Strom an. Also, der Strom ist ja jetzt an. Und was können wir hier machen? So, Strom an. Alles klar. So, welche Kapsel geht auf? Die hier. What the fuck? Oh. So, gut. Alles klar. Ja, ja, bleibt zu. So, gut. Dann benutzen wir unser Omnitool. Shuttle, J6. Activated. Standing by. So. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen hier? Ist eine gute Frage. Ich kann nirgends wo hier Knöpfe drücken. Vielleicht mich hinsetzen? Ja, ich muss mich hinsetzen. Alles klar. So. Alles klar. So, lichtig sein. So, und. Knopfdruck. So, wir wollen zu Lambda. Okay. Wow, meine Güte. Ja, leider muss ich mir wieder eine Person umbringen. Okay. Okay. Yo. Es begann als eine Thermal-Mining-Operation in den 60s. Jetzt ist die Home-Megas-Space-Gun. Die Welt die größte Worte für die Satelliten und die Doppelbüren. Unsere Unieke Atlantik-Ocean-Location ermöglicht für diese Gigantik-Koil-Gun, länger als ein Marathon, um sicherlich zu erzeugen, ohne den Risiko zu verhindern, den Payload mit Risky-Combustion. Die Station hat Multiple Sites und hat eine diverse Staffe von Ingenieuren und Wissenschaften. Together, they are able to produce, assemble, and lodge the world's most sophisticated spacecrafts. In this for a principal operation, Pathos 2 ist also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep-sea construction. We are now leaving Absalon for Lambda. Lambda ist Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. And transports from this office. Okay, interessante Information, muss man sagen. So, wir können aber auch hier nichts machen. Außer die Fahrt zu genießen. Warning, Gleis blockiert. Fuck. Shit. Okay. So, nehmen wir unser Omnitool wieder mit. So. Wo geht die Tür auf? So, kümmern wir auf. Da versucht jemand reinzukommen. Irgendwas versucht hier reinzukommen. Glaub ich. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. So, wir müssen jetzt versuchen irgendwie hier rauszukommen. Wie kommen wir hier raus? Was gibt es für Möglichkeiten? So, die Tür können wir auch nicht so aufmachen. Das ist schlecht. So, können wir wieder unser Omnitool da reinmachen? Nein. Was gibt es für Optionen? So, gibt es irgendwas hier oben? Nein, auch nicht. Ganz komisch. So, wir können auch nichts schlagen. Das ist ja auch das Merkwürdige dran. Dass ich da rauskomme. Ja, ich glaube, das sieht nicht gut aus. Was hat das nur blockiert? So, ich habe gedacht, nach Lambda zu kommen wäre eine einfache Option. Aber so wie es aussieht, wird es nicht so einfach. Der Weg. Okay, da ruft mich jemand an. Simon. Simon, sind Sie da? Kathrin, ist das du? Ich bin auf meinem Weg, aber dann die Shuttle-Train, es rief. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht gerade, was wir hier machen müssen. Dass wir jetzt hier einen Weg zu Beginn einer Schleuse finden müssen. Exit. Das wäre zum Beispiel eine Schleuse, glaube ich. Alles klar. Aber ich will trotzdem wissen, was da vorne ist. Was ist das da vorne? Da ist wieder was so zum Anfassen. So. Gut, fassen wir es mal an. Oh oh. Ich glaube, das war ein Fehler. Alles klar. Wo war die Schleuse? Da hinten. Und ab. Rein. So. Da speichert es. Sehr gut. Okay. Und hoch mit dir. Komm. Oh mein Gott, ey. Mein lieber Scholli, ey. Mein lieber Scholli. So. Wo sind wir jetzt wieder hier angekommen? Kann man das zumachen? Ne. Ein Scheißdreck kann man das zumachen. Warum kann man das nicht zumachen? So. Omnitool benutzen. Sehr schön. Okay, Wasser wird wieder gefüllt, so wie es aussieht. Ja. Interessant. Jetzt sind wir wieder unter Wasser. Und lädt, lädt, lädt und lädt und lädt und lädt. So, sehr schön. Gut. Dann sind wir jetzt wieder Ding und speichern hier ab. Und spende auch hier mit dem Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Eine sehr, sehr chaotische Episode, finde ich. Sehr viel Information haben wir schon bekommen. Wir haben wieder eine getötet. Unmöglich. Und jetzt sind wir wieder draußen am Meer. Interessant, Leute. Aber ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Sova. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.